Hallo, mein Name ist Rudolf Weiergans von der Weiergans Heiker AG. Seit 35 Jahren beschäftigen wir uns mit dem Thema schwaches Bindegewebe. Dazu gehören auch Zerlite, Besenreißer, Krampfadern. Wir haben neue Verfahrenstechniken, medizinische Verfahren entwickelt und auch Kosmetika. Und heute geht es darum, ein neues Produkt vorzustellen. Ein Produkt mit dem Namen Simply Red. Dazu hole ich unsere Bereichsleitung Kosmetics, Frau Wienhusen, dazu. Frau Wienhusen, hallo. Simply Red, wofür ist das? Das Simply Red wurde entwickelt für die Problemzonen. Was sind Problemzonen? Problemzonen bei der Frau sind sehr häufig Bauch, Beine, Po. Bauch, Beine, Po. Was hat es auf sich mit Bauch, Beine, Po? Ja, das bedeutet, dass genau an den Stellen wir meistens zu viel aufgespeichertes Fett haben, durch das schwache Bindegewebe. Und das sieht dann nicht so toll aus. Ja, weil der Körper speichert da sein Fett, wo er kann, wo Platz ist. Das ist bei uns Männern nicht der Fall, weil das Bindegewebe bei Männern meist straff ist, speichern wir die Fette zunächst im Dünndamm auf. Das führt dann zum Bierbauch. Okay, warum brauchen Sie da eine besondere Hilfe, ein Produkt? Ja, weil es viele Methoden gibt, um die Problemzonen zu behandeln. Das können apparative Methoden sein, das kann Sport sein, das kann Eingriffe in die Ernährung sein. Aber viele Damen haben weder Zeit noch das Budget, diese Dinge anzuwenden und suchen nach einer Lösung, die schnell geht und auch bezahlbar ist. Okay, habe ich mal gehört, Diäten, also jetzt Fasten, funktioniert gar nicht so richtig. Man nimmt zwar ab, aber genau da nicht, wo die Problemzonen sind. Dafür gibt es einen Grund, nämlich die Fettzellen, wenn sie sich aufblähen, die scheuern gegnern und bilden untereinander eine Membran, was dann gar nicht mehr so richtig durchblutet wird. Okay, Frau Wienusen, zum Produkt. Wie wird es angewendet? Es ist ganz einfach, am Anfang morgens und abends mit ein paar Pumphüben auf die Problemzone aufsprühen, einziehen lassen, fertig. Nicht einmassieren? Nein, muss gar nicht sein. Muss gar nicht sein, einfach fertig. Fantastisch. Was ist drin? Es sind pflanzlich basierte Aktivstoffe enthalten, die eben auf diese Problemzonen eingehen. Okay, jetzt war es so, wir hatten das Produkt ja gerade erst vor zwei, drei Monaten vorgestellt und waren nach 14 Tagen ausverkauft, haben es nachproduziert und waren direkt wieder ausverkauft. Wie ist es denn jetzt? Gibt es denn das Produkt überhaupt? Genau, wir sind absolut lieferfähig. Haben Sie die Vorratsschränke gefüllt mit Simply Red, ab sofort im Handel, der erste Spray-Lipolyser weltweit von Bayer Gans High-Care AG. Genau. Herzlichen Dank.